Was geht, was geht, Freunde? Ja, wir spielen heute StumbleGuys. Ich habe gehört, dass der Battle Pass schon seit einigen Tagen oder einer Woche circa draußen ist und ich brauche diesen Battle Pass, weil ich ein StumbleGuys-Suchteam bin. Und ich fordere heute MBK zu einem 1 gegen 1 heraus. Wir werden ganz viel Quatsch machen, denn es gibt auch einen neuen Grätsch-Emote, mit dem wir alle anderen Spieler komplett auf die Nerven gehen werden, indem wir sie einfach weggrätschen. Und wir gucken heute, wer besser in StumbleGuys ist. MBK oder ich. Was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like da und abonniert diesen Kanal. Und jetzt kaufe ich mir den Battle Pass einmal zusammen mit euch durch. Abfahrt! Hier ist er auch schon und er soll einen Special-Emote haben, und zwar den Grätsch-Emote, mit dem ich heute zusammen mit MBK richtig viel Scheiße bauen werde. Wir werden den Gegnern so richtig auf die Nerven gehen. Mal schauen, was passieren wird. Ja, dann würde ich sagen, ich kaufe mir jetzt den kompletten Battle Pass einmal durch und gucken uns mal die Skins an, was wir so bekommen. Der Jack-Lantern, der ist auf jeden Fall fresh. Den holen wir uns gleich ab. Dann haben wir hier einen zufälligen Skin. Okay, den Alien-Skin finde ich sehr, sehr nice. Okay, wir müssen jetzt einfach mal schnelle Welle machen, sonst dauert das viel zu lange. Dann würde ich sagen, holen wir uns jetzt mal die Skins ab. Den Jack-Lantern kriegen wir ja sowieso. Der sieht schon fresh aus, passend zu Halloween. Muss man auch ganz ehrlich sagen. Ich finde den geil. Welchen Skin bekommen wir hier? Ich würde mir ja tatsächlich den Ritter wünschen, den ihr da gerade gesehen habt. Bitte Ritter, bitte Ritter, bitte Ritter. Und wir kriegen... Oha! Disco-Stue. Disco-Daryl heißt der. Krass. Ja, dann machen wir mal direkt weiter hier. Das haben wir... Okay. Welchen Skin bekommen wir hier? Komm schon, bitte einen, den ich nicht habe. Und wir kriegen... Ach, ich glaube, den habe ich sogar, oder? Ja, seht ihr? Duplikat. Ah, nein. Okay, den blauen Skin finde ich geil. Werde ich den bekommen? Und ich glaube, ich werde den nicht bekommen. Schade. Okay, den habe ich auch schon. Äh, ja, direkt konvertieren. Den Emote nehme ich mit. Die Gems nehme ich natürlich auch mit. Okay, was kriegen wir hier? Komm schon. Ich will endlich den Battle Pass zu Ende kaufen. Und dann nur noch Quatsch machen. Und wir haben hier... Ja, auch Duplikat. Oh, was ist das? Farbabdrücke. Okay, nehme ich... Oha, der Alien Skin. Der wäre jetzt Baba. Komm schon, Alien Skin. Kriege ich ihn? Mach kein Auge. Und ich kriege ihn nicht. Ach, ja, den habe ich noch nicht. Dezimus. Heißt der Dezimus? Okay, weiter. Emote. Oh, der sieht... Oh, die Biene. Komm schon, bitte Biene. Biene, Biene, Biene. Let's go. Kriege ich die Biene? Komm schon, die Biene muss drin sein. Die Biene ist nicht drin. Ey. Was ist denn das? Wieso kann ich nicht einmal Glück haben? Let's go. Discus 2 haben wir doch schon. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bis jetzt gefällt mir der Battle Pass. Ziemlich gut. Ich würde schon gerne einmal diesen Alien Skin haben. Aber bei meinem Glück kriege ich keinen Alien Skin. Danke, Stumblegeist. Wirklich. Korrekt, Digga. Okay, geht direkt weiter hier. Wir sind am Ende angekommen. Den kriegen wir safe. Diesen Geist. Dead Fred. Finde ich geil. Sieht geil aus. Sieht lustig aus. Und da ist unser Grätsch-Emote. Dann würde ich sagen, lade ich jetzt MBK ein. Und wir machen den totalen Quatsch. Ich bin echt gespannt, wer von uns beiden besser in Stumblegeist ist. So, Freunde. Wir gehen jetzt in die erste Runde zusammen mit MBK. Was geht ab, Bruder? Was geht ab, Bruder? Und wir testen die neuen Skins. Beziehungsweise den neuen Emote. Verarschen ein paar Leute. Das wird gleich richtig witzig. Und ja, ich würde sagen, wir gehen direkt rein, oder? Ja, ich denke ab, Bruder. Ich ziehe noch was. Nein, ich komme. Let's go. Der Geist, sag mal, wie findest du den Geist? Real Talk, ich finde die neuen Skins auch nochmal geil. Also wirklich, wirklich. Ich finde den Geist halt wirklich. Ein bisschen an dich. Warum? Weil der Geist weiß ist? Ich wollte gerade sagen, weil er keine Seele so... Aber egal. Ah, boah. Nein, ich war auch so. Ich war auch so. Ich war auch so. Bananen haben auch Seele, Dinger. Oha, ich weiß. Ich liebe Bananen. So, welche Map wird der? Sag schnell, sag schnell, sag schnell. Ich hoffe, die neue... Ich sag... Diese Dings mit dem Hexagon. Hexagon, Hexagon, Hexagon. Hexagon, Hexagon. Und es wird... Wasserrutsche, sag ich. Na, oha. Doch nicht mit so viel. Ich sag 10-Spitz-Abo. Ich sag Dings mit Holz und diese Drehteile. Guck, ich wusste Jungle Roll, Digga. Ich hab doch gesagt. Ich hab doch... Ich hab auch gesagt. Ey, du musst... Lass mal ein paar Leute kicken gleich, ja? Komm. Bruder, ich... Ich kann nicht kicken. Hä? Wer bist du? Ich bin irgendein Losgehen. Wieso bist du Lilly? Hey, wer hat mich geboxt? Wie, wer ist Lilly? Bro, ich wurde weggeboxt. Bruder, wo bist du? Warte, ich bin ganz hinten. Okay, okay, warte. Warte, warte. Nein. Ey, da kickt einer die ganze Zeit. Hä? Bruder, ich... Das bin ich nicht egal. Soll ich noch kicken? Na, warte, wir kicken gleich vorne. Wir kicken... Nein, nein. Da bist du. Wo bist du? Ich bin neben dir, links. Ey, wir können ja gritschen. Ach, das bist du. Welchen Skin hab ich bei dir? No Skin? Hä? Bruder, warum bin ich No Skin? Ich kann doch keine Emotes machen. Ich hab ihn gekickt. Oh mein Gott. Du hast mich gekickt. Sorry. Nein. Bruder, ich komm nicht rein. Nein. Doch, doch, doch. Ich kick dich. Ich kick dich. Ich schwör, ich kick dich. Ich kick dich für dich. Ich kick dich. Komm. Ich bin gegen die Wand. Boom, hab sie gekickt. Komm, komm, komm. Ich komm, ich komm, ich komm. Lauf. Wer bist du? Bruder, du bist nicht reingekommen. Was? Bist du mich verarschen gerade? Bruder, ist das dein Ernst? Bitte, lass mich. Willst du mich gerade flachsen? Ich bin gerade nicht rein. Du bist rausgeklungen. Verlassen, verlass. Verlass mal direkt. 84. 8, 5. 0, 0. 0. Wieso hast du nicht 84, 85, 0 gesagt? Ist das dein Ernst? Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Wieso hast du nicht 84, 85, 0? Bist du gleich FIFA packen? Streams hier zusammen? Ja. Ich bin drin. Italien! Das war eben gerade leider nichts. Du hast leider verkackt. Scheiße, warum verkackst du, Bruder? Du bist doch nicht reingekommen. Hä? Warum gesprungen? Du bist nicht reingekommen. Lüge. Zeig mir Beweis. Zeig mir Beweis. Wiederholung, wir machen Wiederholung. Ich schneide das genauso, als wärst du nicht reingekommen. Okay, sag schnell, welche Map? Ich sag, diese Zehenspitzen. Guck. Das ist nicht, das ist... Ich sag, spring, go round. Stop it. Wir müssen kicken, okay? Kick ein paar Leute. Mach mal so direkt. Soll ich... Bruder, woher? Ich geb jetzt jemanden Bombe, okay? Warte noch. Oh, ich bin erster. Sehr schön. Oh mein Gott. Ich flieg mit meinem Kürbiskopf. Ja, okay, Bruder. Dieser Kürbiskopf sieht voll fresh aus, sag ich dir ehrlich. Hä, echt? Hast du dir jetzt gedacht, ich bin mal noch geist, Bruder? Hä, wo bist du denn? Oh, bist du auch runtergefallen? Ja. Kannst dich hier schlagen lassen. Guck mal, wieso? Also, wieso sollte ich? Wir müssen grätschen, grätschen, grätschen. Du solltest nicht? Hast du keine grätschen? Ich hab Dings. Na klar hab ich grätschen dabei. Wo? Zeig. Na klar. Bruder, ich bin... Ich hab grätschen mit reingenommen. Ey, ich schwörche Pox. Digga, ich hau alle Leute grad runter, ne? Warte, warte, warte. Ich grätsche. Boom! Hast du gesehen? Oh, komm. Okay, pass auf. Ja, ja, dreh dich um, dreh dich um. Komm, komm, komm. Warte. Grätschi weg, grätschi weg. Ich mach, ich mach Dings. Ich mach den, weißt du? Bye, have a great day. Hast du gesehen? Oh mein Gott, ich bin runtergefahren. Bruder, komm rein, komm rein. Nein. Okay, ich warte noch, ich warte noch. Komm, komm, komm. Das Ding kommt nicht. Bruder, oh mein heavy, wieso sind die gerade alle runtergesprungen? Scheiße. Guck mal, guck mal. Bruder, komm jetzt rein, jetzt rein, jetzt rein. Mach keinen Hack-Mack hier. Weil eben hast du verkackt, wir wollen nicht nochmal verkacken. Eben, du... Du bist nicht reingekommen, ich nicht, Bruder. So, nächste Runde. Was wird's jetzt sein? Trommelwirbel bitte. Oder neue Spiele. Jetzt wird das sein Humble Stumble, Bruder. 100%. Humble Stumble? Ja, ja. Guck, ich wusste es. Was heißt, was Humble Stumble heißt? Ja. Übersetzt, das heißt, dass die Leute liken sollen. Leute, hört auf MWK, lasst ein Like da. Und? Wir müssen... Kann man eben fliegen, Grätschi? Ja, kann man. Ja, oh mein Gott, geht echt. Ey. Machst du das? Oh mein Gott, ey. Du warst gerade richtig gesandwicht, Leck. Oh mein Gott, Hilfe. Ich bin wieder runtergefallen, ne? Zieh durch, zieh durch. Ich bin vorne, ich bin vorne. Komm, komm, komm. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Bist du hinter mir? Ja, ja, ja. Direkt, Bruder, guck mal. Abo, guck mal, wie der Typ vor hier sogar ist, ne? Ich dachte, du wärst... Oh. 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 Hast du was gemacht? Zauberei. So hab ich gemacht. War dein neuer Emote? Ich bin so zu Stress, oder was? Komm doch her. Bruder, wir dürfen nicht zu viele Faxen machen, hier, ne? Guck, jetzt der erste kommt so ein... Ey, nein. Ey, woher? Lass mich in Ruhe. Gib mir eine Umarmung. Weil... Abo. Ey, dieses Grinchen ist so geil, Alter. Aber guck mal, die anderen Emotes haben auch gar nicht. Ey, komm, 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 hau ihn, hau ihn, hau ihn. Ich kann nicht, weil du, denke ich, es gemacht hast. Okay, okay, pass auf. Wir dürfen echt nicht zu viele durchlassen, okay? Guck jetzt, er wird... Okay, die finale. Oh. Und jetzt Grinchen, Grinchen, Grinchen. Ey, bro, 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 bro. Geh rein, geh rein. Okay, wir sind rein. Okay, kein Hackmachen. Ansonsten kommst du nicht wieder rein. Du wie vorhin. Ansonsten kommst du wieder rein. Doin. Dig, was macht da ein Typ? Er ist genau runtergesprungen, wo er fast reingekommen ist. Er schafft das jetzt hier rein, da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Das ist jetzt Finale, ne? Ich... Doch. Nee. Ich weiß gar nicht. Ich habe noch nicht Summleguards gespielt. Danke dir, Digga. Erste Runde Summleguards heute bei mir. Okay, das Finale. Das ist Finale. Guck mal, wenn du gewinnst, ne? Dann gewinnst du. Und wenn du gewinnst, dann gewinnst du. Ja, okay. Ich gönne dir den Wind. Ich sag dir, wie es ist. Sag ich dir, sag ich dir, sag ich dir. Guck, guck. Oh. Wie du gewinnst. Warte mal. Oh, ich bin durch. Der Kürbiskopf, Bruder. Ey, ich glaube, der Skin ist das, ne? Ich schwöre, das ist der Cheetah-Skin. Ich sehe schon den Titel vor mir. Hey. Wie? Wir haben dich einmal getroffen. Digga, du gewinnst jetzt gerade, ne? Ey, ey, ich bin durch. Oh mein Gott, Bruder. Oh mein Gott. Aber kannst du durchgehen, ohne einen zu grätschen? Jetzt grätsche ich dich aber. Komm her. Ich muss nicht jetzt grätschen. Bruder, es kommt gerade zu. Digga, wir kommen zur dritten. Bro, ich muss einen grätschen. Zafel, wir kommen zur dritten. Wir müssen grätschen. Oh mein Gott. Oh, ich hab einen gegrätscht. Let's go. Bin ich reingekommen als erstes? Nein, ich bin reingekommen. Was redest du? Du, das Spiel ist kaputt. Wie machst du das? Let's go, Freunde. Das war der Battle Pass. Das war das Skin. Ich sage euch ehrlich, dieser Kürbiskopf-Skin ist fresh, ist geil. Und der Emote ist auch geil. Checkt auf jeden Fall MBK ab. Link ist in der Videobeschreibung. Dies, das, Ananas. Und, willst du noch was sagen? Dings. Äh. Ja, ne? Ich bin ganz deiner Meinung. Haut rein. Tschau.